Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 1, hier ist ein Hebel. Man, ich muss mich anders hinsetzen, sodass die Sonne, so ist das schon mal ein bisschen angenehmer. Praise the sun, die Sonne, die verdunkelt hier gerade meinen Bildschirm. Ach gut, jetzt bin ich hier, sehr nice. Komm ran. Okay, also ich sehe da ein fettes, dickes Vieh. Oh, also ich dachte gerade der Ton ist irgendwie ausgegangen. Ach come on, nein. Ach, komm schon. Ey, du Ficker. So. Erstmal die kleinen machen, bevor man den Boss macht. Boah, alter. Ach, Kacke. Komm. Nein. Und die Bogenschützen auch noch. Und die Glocke. Oh, alter, ich. Nein, du. Oh, ich hasse Schützen. Ach, komm schon. Ey, bei Sekiro regt die mich. Oh mein Gott, wie viel Schaden ich auch kriege. Ist der Wahnsinn. Nein. Nein. Ach, komm schon, wenigstens. Nein. Nein. Bitte. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Alter, das Spiel kann mir doch nichts tun. Warum habe ich denn so eine Panik? Oh, ich hasse es hier zu kämpfen. Oh mein Gott, des Willen. So. Boah, Mann. Ist das schwer, die Scheiße. Ach, ich mache jetzt einfach den Backstab. So. Alter, diese scheiß Bogenschützen, ne? Die regen so auf. Alter, Vater. Was? Das Schwein ist tot? Wieso ist das Schwein tot? Er ist einfach gestorben. Hat der... Ist es ins Feuer gelaufen, oder was? Ey, keine Ahnung. Was muss ich denn hier machen? Du brauchst Feuer. Ja. Das Ding ist ins Feuer gelaufen. Da habe ich nicht viel gemacht. So, also... Kann ich das Tor nicht öffnen? Anscheinend nicht. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier runter. Hallo. Ja, ja. Du rennst weg. Der lockt mich doch in eine Falle, oder? Ja, ich wusste es. Ich wusste es doch. Komm. Die haben keine Schilde. Die sind easy. Trotzdem trifft er mich, ey. So. Ach, komm. Ich hasse es. Boom. Ausweichen. Und angreif. Okay, diesen One-Hit. Das ist schon mal angenehm. Ich habe nur noch eine Heilflasche, ey. Alter, ich habe... Ich sehe überhaupt nichts. Was ist das? Wieso kann ich da nicht hin? Geheimschlüssel. Aha. Oh, hier ist eine Leiter. Die habe ich gar nicht gesehen. Ach, komm, Mann. Oh, balancieren muss man hier? Große Seele. Nice. So. So. So, so, so. Weiter geht's. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Oh, oh. Scheinbare Wand. Ach. Die verarschen einen aber auch immer. Okay. Bosskampf? Bitte nicht. Sieht nicht aus wie ein Bosskampf. Mann, wo bin ich? Oh. Bitte. Nicht umdrehen. Tu mir den Gefallen. Zack. Wie er ausweicht, ey. Krass. Okay. What? Mann, immer dieses gegen die... Oh, fick dich. Immer gegen die Wand haut der Scheiße. Ey, Scheiße. Unheil schwindet nach Sieg über Grabesfürst. Was? Was hat das zu bedeuten? So, nächster Versuch. Du dicker Sack. What? Ey, das kann nicht sein. Ey, das kann wirklich. Manchmal ist es wirklich auch scheiße einfach. Nein. Alter. Er haut von... Vorbei, ey. Oh, ich hasse es. Ohne Witz. Dass er gegen die Wand haut, ist das Dümmste. Wieso haut der Typ nicht gegen die Wand? Hä? Oh, ich hab ihn. Oh, Gott. Oh. 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 Was gibt es hier? Ritterschild. Oh, Mann, ey. Das ist alles für so ein scheiß Schild, ey. Du brauchst Stoß in den Rücken. Ja. Leck mich. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich höre was. Oh. Lenkt der mich von irgendwas ab? Scheint nicht so. Komm. 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 Ich schwöre, ich hab's zuerst geschlagen. Komm. Einfach ran da, du Arsch. Ich höre schon wieder irgendwas. Ja, ja. Du. Du Arsch. Oh, natürlich. Zack. Oh. Das wenigstens hat das geklappt. So. Weiter, 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 weiter geht's. So, was ist da? Nichts. Oh, nicht, dass hier irgendwas einstürzt, ne. Ich raste aus sonst. Scheiß Bogenschützen, ey. Und jetzt du. Und jetzt der Bogenschütze. Alter, ich hab keine Ahnung, ob ich richtig bin oder nicht. Was steht denn hier? Versuch's mit Mut. Ach, denk mich. Ich hab 3000 Seelen. Das sind zwei Level, ey. Was ist das? Boah, nee, ey. Als ob ich die schaffe. Alter Vater, ey. Wow. Lass mich in Ruhe. Wo bin ich denn hier gelandet, Mann? Und ein Magier auch? Feuerhüterseele. Super. Wow. Ich hab's gedrückt. Ja, da kann ich natürlich nicht durch. Wow. Und er kann gegen... Oh, fick dich. Ey, ganz ehrlich. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll. Das ist scheiße. Mann. Jetzt bin ich schon wieder hier, ey. Ohne Seelen. Und weg. Alter. Und ich kann nicht... Ich kann nicht an ihm vorbei. Ey, das macht mich echt kirre. Ganz ehrlich. Und er backstabt mich, oder was? Ey, ganz ehrlich, Mann. Oh, Digga. Bin ich da überhaupt richtig? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich hab gar keinen Bock mehr. Ich will nur meine scheiß Seelen da. So ein Scheiß, Mann. Und jetzt bin ich wieder beim dicken, fetten Arsch, ey. Oh, Alter. So. Mann, wie viel Ausdauer der hat. Das ist der Wahnsinn. Wo bin ich hier? Ganz ehrlich. Scheiß auf euch, ey. Alter, fick dich! So. Alter, what? Ey, das... Ein Endgegner, willst du mich verarschen? Wie soll ich das denn bitte schaffen? Oh, meine Fresse, ey. Ich renne da durch die Gegend wie so ein Bekloppter und... Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, meine Güte. Ja, die hab ich schon bei Dark Souls 2 bekämpft, ey. Alter, ich hab's gedrückt. Ich schwöre es. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Ach, come on. Ich bin ausgewichen. Oh, what? Ich bin ausgewichen. Hört mir doch mal zu. Alter, ich roll hier wie so ein Dummkopf, ey. Oh, nö. Ja, natürlich. Fick dich in den Arsch. Ganz ehrlich. Als ob ich da... Wie soll ich denn... Ach, leck mich am Arsch. Ohne Witz, ich beende die Scheißfolge, Alter. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Ich scheiß auf meine scheiß 4000 Seelen, Alter. So, wir haben... In dieser Folge haben wir nichts geschafft. Ich bedanke mich. Fick dich.